... ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sitzt? Das ist mein Befehl, das ist mein Befehl. Das ist mein Befehl, das ist mein Befehl! Blueberry Pie, Blueberry Pie, Blueberry Pie, Blueberry Pie, everybody loved Blueberry Pie, everybody loved Blueberry Pie, everybody loved Blueberry Pie, all right! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch. Die Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017